Hallo liebe Skyrim-Freunde, ich bin der Zapf. Ja, machen wir weiter mit unserem Skyrim Let's Play. Wir sind auf Rekrutierungstour für den Kampf gegen die Vampire und wir müssen hier zu Sorine. Die müssen wir als nächstes rekrutieren. Gunnar haben wir bereits rekrutiert. Und ich würde sagen, hier ist der Drache, den wir letzte Folge mit Mühe, oh, wer seid ihr denn, mit Mühe um die Ecke gebracht haben. Da habe ich mich wieder reichlich dämlich angestellt, dabei muss ich ja ehrlich zugeben. Und wir nehmen nochmal hier die Krabben aus. So, und jetzt geht es schon weiter. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt schnurstracks. Schnurstracks. Äh, ein Haus? Okay, warum? Warum ein Haus? Mit, mit Pfählen drumherum. Räuberschlucht entdeckt. Okay. Gut, also doch nicht schnurstracks zum Rekrutieren. Ähm, wir müssen mal eben gucken. Soll ich mal, soll ich mal? Ich gucke mal eben. Feuerblitz mache ich auch mal. Die Hand. Mal gucken, was es so bringt. Zwei Dreien? Was hat er sich dabei nur gedacht? Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Ah, ein Betrüger. Guck an. Hm, ja. Ein Betrüger. Zuzo. Hallo? Gerade habe ich noch einen gesehen. Da hinten. Ja, finde ich auch. Ähm, nee. Ach da. Äh, ich, ich kann nicht. Ich konnte nicht, äh, weil ich kein Magiker mehr hatte. Das ist immer ein bisschen blöd. Ich muss immer warten, bis der Scheiß nicht aufgeladen ist. Oh, da drinnen. Da drinnen geht gerade die Post ab. Das bleibt doch mal stehen da oben. Ich habe wieder keine Magiker über. Das ist, äh, ich muss mal eben gucken, was für ein, was für ein, was für ein Zaubertrank ich habe mit meiner Magiker. Das könnte mir jetzt helfen. Äh, ewige Magiker. Das klingt doch gut, oder? Schluck, schluck. Ewige Magiker ist toll. So, wo seid ihr denn alle? Hm. So, das war's du. Okay. Die Ladies sind da auch gleich nicht zu Gange. So, das war's du. Ja, ihr beiden. Schön, dass ich euch hab. Ja. Machst tolle Purzelbäume, Kamille. Tolle Purzelbäume. Muss mal eben gucken, ob hier alles... Ja. Sieht gut aus. Sie macht immer noch Purzelbäume. Sieht gut aus. Was haben wir hier? Sieht auch gut aus. Ja, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Da haben wir sie. Da haben wir sie. Jetzt kann ich wieder aufstehen. So. Ein Buch. Ein Buch. Das nehmen wir. So, was haben wir hier? Aha, Zaubertrank der Illusion. Ich müsste viel mehr mit Zaubertränken machen. Schlüssel. Der... Äh, Schlüssel zur Räubergrotte. Den nehmen wir natürlich auch mit. Den nehmen wir hier. Ist das hier Räubergrotte? Da können wir nachher mal gucken. Da können wir nachher mal gucken. Erstmal nehmen wir hier die Kollegen alle mal auseinander. Was die denn so alle haben. Eine Räuberhöhle. Könnte ja schon... Ja, alle nehme ich mit. Wer weiß, wofür ich es brauche. Könnte ja schon viel beinhalten. Gold und Halskette. Ne, nehmen wir nicht mit. So, dann haben wir das. Ja, ihr habt toll gekämpft, Ladies. Aber lass mich mal eben hier bitte durch. So, was hast du? Gold. Den Rest kannst du behalten. Und du? Nix. Banditen rauf, Gold war das. So, guck an. Hier haben wir nichts drin. Hier haben wir auch nichts drin. Das sieht aber alles so aus, als ob hier nichts mehr drin ist. So, hier sind wir dann raus. Okay. Ist hier noch was drin? Hallo? Ein Schild liegt da noch blöd rum. Okay. Gut. Dann gehen wir mal hier auf den Ausguck. Ausguck. Da liegt nämlich hier er. Die Trichel. Ja. Was sind das denn für Hebel? Was kann ich denn damit anstellen? Was kann ich denn damit anstellen? Sehe ich hier was? Ich betätige... Ah. Hehehe. Sehr toll. Da fallen so Steine runter. Hehehe. Auch nicht schlecht. So, was macht der? Da fallen irgendwo noch mehr Steine runter. Ja, schön auch. Schön, dass wir es mal gesehen haben. So. Jetzt gehen wir mal hier lang. So. Dietrich. Wein. Gold. Den Rest könnt ihr behalten. Bier. Gold. Den Rest könnt ihr behalten. Und da ist schon wieder ein Hebel. Der macht bestimmt auch wieder tolle Sachen. Warte. Ich probiere ihn mal. Mal gucken. B. Ja. Da fallen die Steine runter. Ja. Toll auch. Hätte ich Gegner, würde es was bringen. Aber ich habe ja gerade keine. So. Dann würde ich mal sagen, lass uns doch mal hier gucken, was es hier so gibt. Lass uns doch mal gucken. Da sind vielleicht noch mehr Räuber hier unten in der Höhle. Vielleicht sind hier ja noch mehr. Die Truhe ist leer. Steht ja auch drauf. So. Was haben wir hier? Eld. Und hier. Und hier. Äpfel. Auch nicht schlecht. Da ist immer was zu essen da. Tagebuch des Banditenanführers. Beschädigte Bücher. Ne. Tagebuch des Banditenanführers. Komm, das interessiert mich jetzt doch mal. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ihr könnt ja Stopp machen, wenn ihr euch das interessiert. Nehme ich mit. Da habe ich ja ein Buch. So. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Hier ist ein. Ich weiß nicht, warum ich es mitnehme. Ich bin da immer voll der Kleptomane. Ich muss immer alles mitnehmen. Ein Boot. Ich bin entsetzt. Ein Boot. Aber wir können damit nichts anfangen. und deswegen hauen wir jetzt wieder ab. Ich würde sagen, wir hauen jetzt hier wieder ab. So richtig, richtig viel Tolles war jetzt hier auch nicht. Okay. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, wir düsen weiter. Wir düsen weiter. Wir haben nämlich... Ja. Wer spricht denn hier? Ich sehe keinen. Okay. Gut. Gehen wir in die richtige Richtung. Mal gucken. Ja. Sieht relativ gut aus. Wir gehen jetzt hier den Weg entlang. Und dann hauen wir uns hier... ... ... ... ... ... Links. Da geht es wahrscheinlich in irgendeine Höhle. Hier sieht es aus wieder wie Berg. Vielleicht kommen wir ja da drüber. Boah. Bis da hinten müssen wir. Bis da hinten müssen wir. Komm, wir gucken mal. Vielleicht können wir ja hier drüber kommen. Das wäre schon ganz cool. Erst mal ein bisschen noch den Weg entlang. Guck, wenn Nacht ist, haben wir mehr Energie. Weil wir jetzt Vampir sind. Vielleicht können wir das auch irgendwann wieder loswerden. Das Vampir sein. Das fände ich besser. Das... Da ist der Weg. Da müssen wir rüber. Da müssen wir rüber. Dann gehen wir mal rüber. Gehen wir mal... Äh, hallo? Äh, ich schwimme mal hier vorbei. Gehen wir mal hier rüber. So. Hallo. Irgendjemand da? Boah, das sieht mir wieder aus wie... Oh. Ich hab schon wieder was entdeckt. Und das sieht mir so aus, als ob ich da nicht... Seht nur eine Höhle. Ja, ich seh. Das werden wir herausfinden. Äh. Das hab ich mir gedacht, dass dieser Weg zu einer Höhle führt. Irgendwie hab ich mir das gedacht. Will ich die jetzt erkunden oder will ich die nicht erkunden? Ich will die jetzt eis-hauch-tiefen. Ach. Ach komm. Wir gehen da mal eben rein. Ja. Oh. Ah, der. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Ein schwarzer Bär auf schwarzem Hintergrund. Ich hab ihn nicht gesehen. Plötzlich war er da. Ja. Wo ist meine Fackel? Äh, nee. Das war jetzt falsch. Ich wollte jetzt keinen Heiltrank trinken. Ich wollte die Fackel haben. Filze sammeln. Filze sammeln. So. Dann wollen wir mal gucken. Was ich auch vergessen hab, ist... Ich hab ja noch eine Stufe. Ich hab ja noch eine Stufe zum Aufsteigen. Neue Stufe. Dann machen wir wieder Magiker, oder? Magiker ist toll. Ja, Magiker verbessern. Einen Talentpunkt hab ich auch wieder zum Aufsteigen. Was machen wir da? Gucken. Zerstörung ist immer toll. Lehrling. Was hab ich denn da noch, was ich zerstören kann? Verstärkter Blitz. Blitz-Zauber bewirken 25% mehr Schaden. Aber ich hab doch Feuer eigentlich. Ich hab eigentlich Feuer, oder? Ich guck mal eben. Feuerblitz. Könnte... Könnte reichen. Könnte sein, dass das... Könnte sein. Also machen wir das. Ja, möcht' ich. So. Haben wir da schon mal wieder... ...was dazu erworben? Sehr schön. Gut. Äh, Pilze sammeln... ...kann ich nicht. Pilze sammeln kann ich nicht. Was ist hier los? Hallo. Siegt jetzt... ...tod. Er ist tot. Er ist tot. Eindeutig. Die Droh ist leer. Auch das ist eindeutig. Doch, das nehmen wir mit. Haben wir was zu essen. Ich wollte ja immer noch mal... Aber ich weiß nicht... Es gibt ja die Mod, wo wir Essen trinken und schlafen müssen. Aber ich kann mich da noch nicht so durchringen. Im Prinzip findet man ja genug zu essen. Ja. Im Prinzip findet man ja genug. Aber ich kann mich da nicht so richtig durchringen. Ich weiß nicht. Ich bin noch so... Ach, so... ...unschlüssig. Wir sind wieder draußen. Das ist toll. Gut. Schön, dass wir die Höhle jetzt auch mal gesehen haben. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber egal. Hier ist noch ein Lager. Die nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mal mit. Beutel. Nehmen wir auch mit. Noch ein Tonister. Buu. Kleidung. Silberin. Tomate. Warum nicht? Warum nicht? Wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt... Ich zeig's euch. Wir müssen jetzt hier um diesen Berg rum. Und dann hier lang. Weil hier kommen wir ja nicht durch. Haben wir ja gerade gesehen. Wir gehen jetzt gerade aus, bis wir auf den Weg treffen. Wir gehen jetzt gerade aus, bis wir auf den Weg treffen. Wo bin ich hier eigentlich? Äh. Wo bin ich hier eigentlich? Da vorne ist der Weg. Äh. Ist aber mühsam hier. Ich seh genauso wenig wie ihr. Also... Keine Sorge. Ich seh nix. So. Komm, ich steck den Kram mal weg. Die Fackel kann ich auch wegstecken. So. Warum ich als Vampir nicht besser sehe in der Nacht, das ist mir auch ein Rätsel. Hätte ich eigentlich drauf gehofft. So über die Brücke und dann links. Über die Brücke und links. Da hätte ich drauf gehofft, dass ich mehr sehe. Drachenbrücke entdeckt. So, so. Ja, wir lassen den Ort... Ja. Wir lassen den Ort mal links liegen, weil wir haben was anderes zu tun. Boah, wie komm ich denn da hoch? Ich guck mal eben wieder. Ich bin vom Weg abgekommen. Deswegen komm ich hier nicht hoch. Aber hier ist es jetzt auch falsch. Moment, so. Da muss ich lang? Kann das sein? Kann es sein, dass ich hier lang muss? Irgendeiner jagt mich hier wieder? Ja, doch nicht. So. Geh hart gucken. Ja, hier bin ich richtig. Boah, ob ich da jemals ankomme? Ob ich da jemals ankomme? Eigentlich führt der Weg, den ich jetzt beschreite, ja hier hoch in die Berge. Aber ich muss hier dann abzweigen. Ach, das wird bestimmt nicht klappen. Eigentlich will ich, dass es Tag ist, weil ich dann mehr sehe. Weil ich... Ach, die Wölfe. Ihr macht mich fertig. Oh, kein Bier. Ich bin mir nur morgen dran, wenn ich so weitermach. So. Also zwei, zweimal Feuerding ist schon besser. Das ist schon viel, viel besser. So. Ich guck mal eben auf meine Magika, wie schnell die sich regeneriert. Das geht jetzt in der Tat ein bisschen schneller. Äh, danke. Äh, ich hätte es auch alleine geschafft. Glaube ich. So. Ich hätte es auch alleine geschafft. So, Mädels. Wo gehen wir weiter? Gehen wir hier weiter? Ich guck mal eben auf die Karte. Ja, sieht einigermaßen gut aus. Das sieht einigermaßen gut aus, da wo wir jetzt gerade lang gehen. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Ich sehe auch nichts. Ähnlich wie ihr. Da ist ein böser Mann. Ja, ja, komm. Warte, ich muss mal eben speichern. So, ich muss mal eben in Deckung gehen hier. Das war das. So, noch einer. Noch einer. Ja. Wo ist er? Ja. Ja. Die Kamille. Die Kampfsau. Äh. Haut ihn einfach um. Während meine Feuerblitze laden, hat sie ihn einfach mal niedergestreckt. Was nicht verkehrt ist. Deswegen habe ich sie ja mitgenommen. Deswegen habe ich sie ja mitgenommen. So, da ist wieder irgendeine Höhle. Da oben muss ich weiter. Na, gucken wir mal eben rein. So. Mal schauen, was wir hier so haben. Ähm. Lässt du mich vorbei? Das wäre nett. Äh. Lass mich mal vorbei. Hm. Du lässt mich nicht vorbei. Okay. Dann locke ich dich jetzt hier weg. Und komm jetzt vorbei. So. So. Da. Wer ist das denn? Hallo. Erstmal. Ähm. Wer ist das? Und wie komme ich zu ihm? Hier. Hier lang. Geld. Geld wird immer gerne genommen. So. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich kann wieder nicht. Also mit Schwert ist es doch besser. Upsala. Innen gehört. Also mit Schwert ist es dann, wenn es Magiker-Ende ist, ist es blöd. Also wenn mehrere Angreifer da sind, ist es dann doch echt schwierig. So. Wo ist meine Fackel? Wenn mehrere Angreifer da sind, ist es echt schwierig. Aber der wurde von oben, ja. Hier aus da, wo wir ihn vorhin gesehen haben, wurde er nicht als Feind markiert. Und deswegen habe ich den auch... Hätte ich ja von da oben auch direkt drauf schießen können. Menschliches Herz. Nee, das nehmen wir jetzt definitiv nicht mit. Das wäre ja zu makaber. Dies nehmen wir mit. Und hier die Weißkappenpilze. Die nehmen wir auch mit. Den Korb lassen wir hier stehen. So. Was haben wir hier noch? Das nehmen wir mit. Tragödie. Nehmen wir mit. Haben wir wieder was für unser Regal zu Hause. Lumpen können wir hier lassen. Das lassen wir auch hier. Trollfett. Was haben wir hier? Nehmen wir mit. Können wir alles verkaufen? Bieranfälle nehmen wir mit. Können wir alles verkaufen. So. Ja, dann gehen wir wieder. Schön, dass wir hier waren. Dann gehen wir wieder. So. Wir sind nämlich immer noch nicht da angekommen, wo wir hinwollen. Und das ist immer noch dunkel. Ich habe jetzt keine Lust mehr dran. Und deswegen warte ich jetzt mal... Sieben, sechs Stunden. Dann ist sieben Uhr morgens. Wird schon gehen dann. So. Sieben Uhr morgens. Und mein Vampirblut kommt wieder in Wallung. Beziehungsweise es raubt mir wieder die Energie. Oder wie auch immer. Oder wie auch immer. Hey. Hi. Frühstück. Ja, ist ja gut. Ich will nur ein Frühstücksei. Ja, Hühnerbrust kriege ich. Ja, dann. Wer hat denn ein Frühstücksei für mich? Hast du ein Frühstücksei für mich? Ja, jetzt ist rum. Huhn. Ich will nur ein Frühstücksei. Frühstücksei. Ne, du hast auch nur eine Hühnerbrust. Tja. Dann nicht. So. Wo muss ich denn jetzt weiter? Moment. Ich muss mal eben gucken. In welche Richtung muss ich weiter? Ich muss in diese Richtung weiter. Und vor mir halb links ist ein Weg. Ich kann aber auch hier lang und auf den Weg gehen. Da muss ich hier nur durchs Wasser. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist besser. Äh, diese Krabben. So, wo ist denn jetzt dieser Weg vor mir? Ach, ich stehe mittendrauf eigentlich. Eigentlich stehe ich mittendrauf. So, und da. Ach, guck mal. Ein Drache. Hallo. Ein Frostrache. Ein Frostrache müsste ich doch auch mit Feuer atmen. Aber... Ja. Oder auch nicht. Aber Feuerblitz ist auf jeden Fall toll. Ja, das geht. Du bleibst schön hier. Das war einmal der Feuertrache. Äh, der Frostrache. So. So. Aber als... Als Vampir siehst du richtig scheiße aus, Siril. Das muss ich dir mal sagen. Ja, das ist ja... Aber egal. So ist es halt. Vielleicht werden wir dieses Vampirgedöns irgendwann mal wieder los. So. Irinil, du weißt, was dir... Ich hab wieder Drachenschuppen für dich. Wenn immer noch da. Ja, ich weiß. Hier... Was soll ich nehmen? Äh, die Drachenschuppen, bitte. Warte, ich geb sie dir. So. Kannst du noch was, was ich so... Zwischendurch mal mitgenommen hab? Hier die Flöte. Kannst du auch mal nehmen. Ja, den Rest. Geht ihr voran? Ja, mach ich. So. Den Rest nehm ich. Irgendwo geht da vorne... Ich muss mal eben gucken. Wo sind wir denn jetzt? Da vorne geht ein Weg hoch. So. Also... Gehen wir jetzt hier mal... Upsa. Hier mal... Wo geht denn der Weg hoch? Geht der Weg hier hoch? Hier geht der Weg hoch. Aua. Dann lassen wir die Krabbe mal Krabbe sein. So. Speichern mal wieder. Das dürfte jetzt nicht mehr weit sein. Aber was haben wir denn hier? Ist ja auch schön. Komm, das... Da gehen wir mal eben hin. So. Jetzt haben wir es nämlich entdeckt. Dann können wir nächstes Mal da auch... eine gescheitene Schnellreise hinmachen. Das ist immer ganz gut. So. Ich kann nicht rennen, weil mein Vampir-Dasein es nicht erlaubt, bei Tageslicht zu rennen. Ich kann jetzt hier rennen, drücken... Ah, nein, nein, nein. Ach so, hat er schon umgebracht. Hat er gut gemacht. Danke im Übrigen. Wächter von... von Ständer. Naja. Hat hier auf jeden Fall diesen Feuer... Feuer-irgendwas. Ne? Hat er... Hat er auf die... auf die Bretter geschickt. So kann man es sagen. So. Ich schaue mal, was wir denn hier... So, guck mal da vorne. Ist das unser Ziel? Ist das die Tante, die wir rekrutieren müssen? Das sieht so aus, oder? Die steht da einfach blöd rum. Komm, da gehen wir mal hin. Wir gehen mal zu der Tante. Gehen mal hier über den Fluss. Oder Bach. Oder was es auch immer war. Ja. Wir unternehmen auch bald was. Pass auf, ich stecke mal ihr im Schwert weg. Hallo, Surine. Ich habe ihn genau hier hingestellt. Vielleicht haben die Schlammkrabben ihn sich geholt. Habt neulich erst eine gesehen. Wird mich nicht wundern, wenn sie mir gefolgt wäre. Haltet doch bitte die Augen offen, ja? Ja, aber ich bin ja wegen was ganz anderem hier. Du bist im Übrigen eine ganz nette, finde ich. Ja? Also. Isran hat mich gebeten, euch zu suchen. Isran? Will mich? Nein, da müsst ihr euch irren. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hat er mir klar gemacht, dass er meine Hilfe nicht braucht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er seine Meinung geändert hat. Er hat mir einige verletzende Dinge gesagt, bevor er ging. Wie dem auch sei, ich kann mich über mein jetziges Leben nicht beklagen. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet... Ja, es tut ihm ja auch leid. Ja, habt ihr euch denn gestritten? Ja, das wollte ich damit sagen. Ich dachte, das sei klar geworden. Sagt, was wollt ihr von mir? Also, die Vampire bedrohen ganz Himmelsrand. Wir brauchen eure Hilfe. Und zwar sofort. Vampire? Wirklich? Oh, und ich bemute, jetzt erinnert er sich daran, dass ich ihm von drei möglichen Szenarien berichtet habe, in denen Vampire über das Volk herfallen. Nun, was haben sie vor? Tja, sie haben die Schriftrolle der Alten. Zumindest eine davon. Ich? Damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, was sie damit anstellen wollen. Aber in diesem Fall macht Isran sich wohl zu Recht Gedanken. In Ordnung. Wenn's weiter nichts ist. Es kann wohl nicht schaden, zu erfahren, was eigentlich vor sich geht. Dann kann ich mich auch besser verteidigen. Aber ich kann nicht einfach zurücklassen, woran ich hier gearbeitet habe. Dazu ist es zu nützlich. Ich brauche mindestens einen intakten Dwemer-Kreisel. Also muss ich entweder meine von den Schlammkrabben gestohlene Tasche finden oder mir von irgendwoher einen anderen Kreisel beschaffen. Ihr habt nicht zufällig einen dabei, oder? Also, die Zeit ist knapp. Ihr müsstet euch jetzt auf den Weg machen, bitte. Dwemer-Kreisel können wir uns später drum kümmern. Das geht aber nicht. Jedenfalls nicht ohne mindestens einen Kreisel als Zeichen meiner Bemühungen. Israel braucht bitte eure Hilfe. Ja, bitte, bitte. Das verstehe ich. Aber ich kann hier wirklich nicht weg ohne mindestens ein brauchbares Stück Zwergenausrüstung. Ein einziger Kreisel würde schon reichen. Glaubt mir, die sind wirklich nützlich. Also, ich habe keinen Kreisel. Nun, es tut mir sehr leid, aber ich kann dieses Projekt jetzt nicht aufgeben. So. Also. Was machen wir? Wir müssen so einen Dwemer-Kreisel finden. Ja, so einen... Also. Ich weiß nicht, ob wir zu Hause einen haben oder ob wir die Schlammkrabben hier durchsuchen, ob die so einen schusseligen Kreisel haben. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Euer Zapp.